eine Nachtigall nistet auf den hohen Ästen des Baums Sie singt das schönste Lied, das Alexander jemals gehört hat Du vergraust unsere Zuschauer Alexander kann den Vogel nicht erreichen Und sie sieht nicht so aus, als wäre sie sonderlich interessiert, zu einem Fremden zu kommen Genau, da müssen wir tricksen, ihr lieben Risch Guck mal, was wir hier haben Die mechanische, mechanische, mechanische Die mechanische Nachtigall ist aus Zinn Ist ja egal, wo draus, auf jeden Fall haben wir die Und sie ist auch noch zum Aufziehen Ihr steckt einen Schlüssel im Rücken Aha, besser als ein Messer im Rücken So, jetzt muss ich hier, genau Ja Alexander zieht die mechanische Nachtigall auf und setzt sie auf den Boden So ist das Und dann spielt es ein kleines Liedchen La, 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 Pomello Ja, die mechanische Nachtigall singt ein süßes, zinniges Liedchen Die echte Nachtigall auf dem Baum wackelt mit ihrem Kopf und hört zu Und kommt angeflogen Du darfst wieder, Philippe Die Nachtigall fliegt auf einen tieferen Ast und guckt Alexander neugierig an, als ob sie sich entscheiden würde, ob dieser Mensch doch nicht so schlecht wäre Genau, so ist das Ja, und dann packen wir die Nachtigall wieder ein Haben wir eigentlich unseren Ring schon wieder? Ja Wir haben einen Ring und wir haben auch dieses Gedicht Ist das da drüber eine Hasenpfote? Ja, und wenn wir dem Vogel die Hasenpfote zeigen, dann kriegt er bestimmten Herzen Ja, mit Sicherheit, deshalb tun wir das nicht Nein, wir geben ihm den Ring Und hallo Da Kleine Vögel mögen Dinge, die blitzern Genau Alexander hält den Insignirin Insignirin Verdammt, jetzt geht das schon wieder los Alexander hält seinen Ring der Nachtigall entgegen, hoffend, dass sie vielleicht Vielleicht die Nachtigall wäre, von der Jollo gesprochen hat Und dass sie in der Lage wäre, den Ring zu nehmen und zu Casima zu bringen Genau Der Ring ist das eine Ding, ich bin ein Pött Dass Casima auf Alexander, auf Alexanders Anwesenheit auf den Inseln aufmerksam machen könnte Ja, und was passiert? Sie fliegt los und nimmt den Ring Haps! Da sitzt doch eine Schlange im Baum, seht ihr die? Hier, guck mal da Ja Das ist wieder unser Shamir, der Flaschengeist Böse Ja Also Wird einem das irgendwann im Spiel gesagt? Nein, das muss, das weiß man eigentlich dann von Anfang an, wenn der immer wieder auftaucht Alice, du darfst sie machen Sing Sing Oh, Sing Sing Was hast du denn da in deinem Mund, mein Hübscher? Ja, also Warum kann ich meine Arme nicht bewegen? Und warum hat die Nachtigall überhaupt so einen absolut bescheuerten Namen? Ja, Sing Sing Doof War das nicht in Gefängnissen, du bist es? Es ist ein Gefängnis in, ich glaube, in New York State Wird ein großer Ring Sing Sing Woher hast du das? Äh, Ream 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 Deventry Aber Das ist doch Alexanders Ring Oh mein Gott Er muss hier sein Ja Oder Sing Sing kommt selbst wie weiter rum, als wir erwartet Sag Sing Ich wünschte, du könntest mir sagen, was du gesehen hast Bist er wirklich hier? Auf dieser Insel? Oh Wenn Wenn ich doch nur einfach dieses Schloss verlassen könnte So einfach wie du Ja Spring Spring Äh, Ribbon, was war das nochmal? Ein A-Band Ah, nimm dieses Band Sing Sing Wenn du es, ähm Äh Wenn du weißt, wo er ist Ja, genau Wenn du weißt, wo er ist, dann bring es zu ihm Genau So Oh, die labert er viel Ja, klar Also sei vorsichtig, Alexander Es ist so gefährlich hier Ähm Und doch Und doch Und doch, äh Könnte ich dich nicht wegwünschen Genau Wünsch dich nicht, dass du weg bist von mir Ja Obwohl es so gefährlich ist Ach, Alexander Und da fliegt sie wieder davon Und kommt Und kommt da an Und schmeißt das Band Zu seinen Füßen Der kleine Vogel hat eine Lieferung gemacht Genau Und das nehmen wir uns natürlich sofort Hurra Es ist eine rote Samtene Haar Wand Eine Samtene Haar Wand Sehr schön Könnte es sein Könnte es möglicherweise Kasima selbst gehören Schnüffelmann Oder ist es einfach nur Müll Den das Vieh von der nächsten Wiese geholt hat Wer weiß das schon Oder Wünsche ich es mir einfach nur so sehr Komm, das Ding untersuchen wir nämlich gleich mal Sag ja, Schnüffelmann Ja klar Aber ich habe hier leider keine Nase Äh Das Haarband der Lady ist aus feinstem Rotem Samt gefertigt Ach jetzt Entschuldigung Jetzt habe ich es weggeklickt Ein langer Eine lange Strähne schwarzen Haares Ist an der An dem Band dran Hat die sich das Band ausgerufen Aber du hier Hallo Ja Alexander untersucht die rote Das rote Haarband Und findet Ja Das hatten wir schon Genau Und jetzt haben wir nämlich hier auch irgendwo Wo ist denn das eigentlich jetzt abgeblieben Wo ist denn das Haar Ach das soll das Haar sein glaube ich Warte mal Das ist aber blau Das ist lila Ja Ja das ist es Eine Strähne von Haar Vom roten Haarband ist Hat die Farbe der Mittag Alexander kann nur hoffen Dass sie zu seiner wahren Liebe gehört Genau Oder zu der Nutte die er vorletzte Nacht hatte Ich muss doch sehr bitten Okay war das das Gedicht hier Ja das ist das Gedicht Das geben wir dir jetzt mit auch mit So Hallo Es gibt einen Grund das da zu benutzen Doch es gibt einen Grund das da zu benutzen Siehste Alexander heißt das Es gibt nicht hoffen Dass der Vogel es ausliefern wird An den selben Platz Zu dem er den Ring geschickt hat Und die Chance Dass der Empfänger Möglicherweise tatsächlich Cassino sein kann Aber auch Hat der das Gesicht Das Gedicht selber geschrieben Nein Das hat er doch aus dem Buch Ja ja Genau Schlecht Ja aber es ist vielleicht nützlich Die Nachtigall Schießt hernieder Greift das Liebesgedicht Und verpisst sich richtig Hätten die nicht einfach Telefonnummern austauschen können Gab es aber es noch nicht Du bringst mir ein weiteres Geschenk Lass mich sehen Oh es ist ein Gedicht Sing Sing Das haben wir schon gelesen Das brauchst du nicht nochmal Und uns und unseren Zuschauern anzutun Genau Mein Herz ist so fest an dich gebunden Ja Oh Alexander Ja Sie ist ganz hin und weg Und wie Ach ich habe so gehofft Dass du wiederkommen wirst Nimm das Solange er wartet Beeil dich Mein Geflüchteter Ja Mein Geflügelter Mein Flotttier Ja Die hat komische Arme Ja Der hat auch ein komisches Gesicht Der kommt wieder Und was kriegen wir denn da Und er macht wieder eine Lieferung Der kleine Pool hat eine Lieferung gebracht Heben wir auf Es ist eine Nachricht Liebster Alexander Ich kann nicht glauben Dass du hier bist Mein Freund Bitte bitte Sei vorsichtig Abdul Abdul ist nicht Äh Hat nicht vor Seine Jemanden in seine Pläne einzuhalten Nee Eingreifen zu lassen Eingreifen zu lassen Äh Pass auf Äh Auf Gib acht auf Abdul's Genie Alexander Und Mach Nichts Blödes Ja Mach keine Dummheiten Ja Ja Oh das geht ja noch weiter Und ich Echo schon wieder Oh nein Ja Ja Äh Ich kann nichts dafür Ähm Aber Resources Wie übersetzt man das? Quellen 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 Nicht ohne Mittel In diesem Fall Ja eben Ich bin mittellos Nein ich bin nicht mittellos Und ich werde Äh Versuchen Ob ich Äh Dich nicht irgendwie Ein wenig schützen kann Ähm Versuch nichts Um mich Zu holen Ja um zu mir zu kommen Ähm Du darfst dich meinetwegen In Gefahr geraten Genau Ja Also Äh Und hoch in der Schulter Deiner Familie Kasima Alexander An Alexanders Hand zittert Als er die Nachricht liest Das erste Mal In seiner langen Suche Hat er ihre Stimme gehört Wenn auch nur geschrieben Oh mein Gott Keine Worte der Liebe Jetzt nicht geben Äh Das sind nun Klasse Oh da hängt ja ein Schild Ah Wer Ah Ja Ja lo Ähm How fair you Wie handelst du Worum handelst du dich Wie geht's dir Ähm Ja wie geht's dir Und was gibt's Neues Was hast du Neues Für mich aus dem Schloss Zu berichten Ja da Anna jetzt nicht da ist Kannst du den machen Penny Äh okay Print Alex Äh Wie es mir geht Ich koche fast Hast du die Ähm Hochzeitsvorbereitung Hast du die Hochzeits Proklammation Äh Nee Ähm Verläuterung Verlautbarung Die Heiratsverlautbarungen Überall im Dorf gesehen Ich habe Gerüchte gehört Von der Hochzeit Natürlich Aber ich wollte es nicht glauben Und 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 Ich hätte nie gedacht Dass es so bald sein würde Oh mein Gott Das haben wir gar nicht geguckt Kasima Verheiratet Äh Das ist ein hartes Ding Zu schlucken Mein Freund Ja Ähm Ähm Äh Wenn ich doch nur Wissen könnte Äh Ob Ob Kasima das will Ich will die ganze Zeit Charisma lesen Erzähl mir vom Visier Jollo Der Visier Hm Nun Er ist ein Gefährliches Subjekt Sein Name ist Abdul Alhazret Nicht H.P. Lovecraft Er kam in der Vor 15 Jahren In das Königreich Der König war fasziniert Von seinem Wissen Und seiner Äh Und seinen tollklingenden Ideen Es hat nicht lang Für ihn gebraucht Äh Äh Alhazret hat nicht lang gebraucht Um den König davon zu überzeugen Ihm zu vertrauen Und seine Geringeren Probleme Äh Des Täglichen Der täglichen Regierung Siehst du Kalifim Hatte eine Frau Und eine neue Tochter Er wollte Zeit mit ihnen verbringen So wurde Alhazret Visier Und jetzt? Naja Er hatte ein Auge Auf Kasima Äh Geworfen Seit sie ein junges Mädchen War Dieser Pädoyer Aber ehrlich Und sie ist Das einzige Ding Zwischen ihm Und dem Thron Auweia Das klingt ja wirklich übel Verschwörung Glaubst du er will ihr etwas antun? Oh ja Sado Sado Ich weiß es nicht Ich weiß es einfach nicht Ich denke Er würde sie eher als Frau behalten Aber was immer er für die Prinzessin plant Er wird sie benutzen Zu seinem besten Vorzeit Genau Das ist seine Art So ist er eigentlich Ja Das ist John Vielleicht hat er sie umgarnt Kann man das so sagen? Die John ist eher verhext Oh ja stimmt Entschuldigung Vielleicht hat er sie verhext Oh nein Vielleicht Findet sie jetzt ganz große Klasse Hat sie jetzt Gefühle für ihn Oh mein Gott Der Visier kann einiges Und Kasima muss verwundbar sein So nachts Allein Jetzt Ja Oh wow Trotzdem Sie hat immer noch Einen instinktiven Instinktiv misstraut sie ihm immer noch Kasima hat einen guten Kopf Auf ihren Schultern Ich wäre überrascht Wenn sie wirklich mit ihm In Wenn sie wirklich mit ihm In Liebe gefallen hat Wenn sie wirklich mit ihm in Liebe gefallen hat Wenn sie sich verliebt hätte Aber manchmal sind die Spiele Tatsächlich auch so übersetzt Wie wir es jetzt Ganz schnell simultan machen Und das ist dann unverzeihlich Ich muss zurück ins Schloss Prinz Alex Und du Auf deine Wanderung Mögen wir beide Gut handeln Ja Und tschüss Möge es geil werden für uns beide Ja Äh Ich tatsch den mal an Der Ladenbesitzer Sieht nicht aus Als würde er eine Gute Partie von Armdrücken Oder irgendeine andere Form von Physischer Sache machen Er sieht einfach nur Buchig aus Buchig Und weil er so Buchig aussieht Geben wir ihm jetzt Das R-Buch R Ich habe dieses Seltene Buch gefunden Und ich heiße Alexander Entschuldigung Und ich dachte an ihr Geschenk Angebot Angebot Ah ja Mein Englisch ist heute Für ein Popo Interessant Es sieht aus wie ein Wunderbares Rätselbuch Also Rätsel sind ja sowieso Besser vermarktbar Als Flüche und Sprüche In diesen Tagen Ich glaube Dass die Leute Mehr in Mörth Was ist das denn? Mörr Keine Ahnung Keine Ahnung In Mörth Als in Magie Glauben Und an Magie Glauben Ich weiß nicht Was das ist Was ich dafür Zeug wieder rede heute Ach Gott nochmal Also hier ist auf jeden Fall Mal dieses Zauberbuch Das du wolltest Und das ist auf jeden Fall Ein fairer Handel Das muss ich schon sagen Habt damit Viel Spaß Viel Zwinker Zwinker Aha Ich hoffe doch so Wir sollten sehen Was diese Mein Spellcasting Was mein Zauberspruch Ob ich wirklich Zaubersprüche machen kann Oder so Ähnlich Oder so Ja Gut Weil Spellcasting Truly ist Wie gut meine Zauberei Wirklich ist Könnt man so sagen Ja stimmt Mein Sprüche klopfen Ja Wie gut ich wirklich Sprüche klopfen kann Das wäre jetzt Eine richtig gute Übersetzung gewesen Ihr Lieben Was in dem Buch steht Und was es mit dieser Heiratsverlautbarung Auf sich hat Erfahrt ihr in der nächsten Folge Bis dann Bleibt dran Pieps Alles doch was He Ha 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 Vielen Dank.